So ihr Lieben, in diesem Video möchte ich eine Perspektive vorstellen, die ihr wahrscheinlich in dieser Form noch nicht so oft gehört habt. Und zwar möchte ich das rückgratlose und rückhaltlos opportunistische Verhalten von Berufspolitikern loben. Denn das ist tatsächlich gut so. Also entgegen der heute häufig gehörten Rufe nach Führung, Rückgrat, Charakter bei Berufspolitikern kann ich nur sagen, dass es eine völlig falsche Sichtweise, also ich würde sogar sagen eine fast mittelalterliche, paternalistische Sichtweise, diese Erwartung, dass wir also unsere Berufspolitiker uns führen sollten, auf jeden Fall ist es keine demokratische Sichtweise, dass also sozusagen viele Politiker ihr Fähnchen nach dem Wind hängen und mal so, mal so völlig gegenteilige Aussagen auch in der Öffentlichkeit machen. ist eine gute Sache, also Politiker, die so sind, würde ich sagen, sind ideal geeignet für die Demokratie und das meine ich nicht ironisch. Das Problem sind nicht die Politiker, von denen wir irrtümlich irgendwie Leitlinien erwarten, da ist einfach nur unsere Erwartung falsch. Ja, also Politiker, die das wirklich machen, sind furchtbar, das sind halt Prototyrannen. Das Problem ist, dass sie sich orientieren an uns in einer ungeeigneten Form, nämlich in unserer privaten Form. Also die gewählte Berufspolitik hat sich am Demos zu orientieren, aber der Demos, den gibt es halt in zwei Zuständen. Und momentan servieren wir unseren Berufspolitikern den Demos, also uns selber, nur in einem Zustand, nämlich im Privaten, nicht im Politischen. Das heißt, was heißt das im Privaten? Im Privaten ist es so, die Lauteren, die Lauteren Schreihälse von uns setzen sich durch. Auch die Reicheren setzen sich durch, weil sie einfach andere Mittel haben als die Ärmeren von uns. Und natürlich auch die Aggressiveren setzen sich durch. Und das bedeutet auch, wir setzen uns durch im Zustand, wo wir gar nicht viel Raum hatten für Austausch, für Nachdenken, für langfristige Perspektiven, auch für moderierende Perspektiven zwischen uns. Und das ist das, was wir unseren Politikern liefern müssen. Wir brauchen praktisch den Demos in einer transformierten Form. Also das, was manchmal so ironisch gesagt wird, ja, da wollen sich die Politiker wohl ein anderes Volk wählen. Dazu muss man sagen, das brauchen wir selber. Wir brauchen selber uns in einer anderen Form. Und in diese andere Form können wir uns auch leicht versetzen, nämlich aufgelosten Bürgerversammlungen, die ja die eigentliche Form der Demokratie darstellen, wie man aus der Antike wissen könnte, wenn man es wissen wollte. Das heißt, was passiert aufgelosten Versammlungen? Aufgelosten Versammlungen moderieren wir uns letztlich selbst. Wie moderieren wir uns? Auf zwei Arten. Erstens, wenn wir losen, treffen wir aufeinander und konfrontieren auch einander in unserer Heterogenität, in unserer wahren Heterogenität, wie wir in der Bevölkerung vorkommen. Da ist es dann nicht mehr so, dass die Lauteren Schreihälse sehr, sehr viel sichtbarer sind, als die Leiseren von uns, auch die Bedachterin von uns, die Vernünftigeren von uns, die Besonderneren von uns und so weiter. Die gibt es ja auch. Die hört man im öffentlichen Diskurs natürlich nicht oder nicht so stark. Und dann gibt es halt noch die Leute, die, dazu gibt es echt Forschung, die ist sehr interessant, die sagt, es gibt Menschen, die neigen nicht zu polarisierten Ansichten. Und die gibt es aber auch in zwei Geschmacksrichtungen. Es gibt die sozusagen noch unentschieden, das sind die noch nicht polarisierten, ja. Und es gibt die entschieden nicht polarisierten. Und da sagt die Forschung, das hat man also wirklich mit Experimenten getestet, in so Gruppenprozessen und das heißt auch in Bürgergruppenprozessen, wo diese Menschen anwesend sind, also sozusagen die entschieden Moderaten, das sind die, die auch den extremen Positionen Aspekte abgewinnen können und sich genau deswegen für keine Seite entscheiden. Also sie sagen, da hast du einen Punkt und da hast du einen Punkt. Wie du das einseitig vertrittst, ist halt ein Problem, weil du nicht anerkennst, dass die andere Seite auch einen Punkt hat. Aber ich bin jemand, ich erkenne beide Punkte an. Und jetzt lass uns eine Lösung finden, mit denen ihr beiden lösen, leben könnt. Diese Menschen gibt es und die gibt es nicht in der Berufspolitik, weil da ist das gar nicht möglich. Die Politiker sind ja alle parteigebunden und müssen deswegen bestimmte Standpunkte vertreten und sind deswegen also sozusagen gerade eben nicht flexibel, nicht opportunistisch genug, nicht Fähnchen im Wind genug, weil sie Parteipolitiker sind. Das ist ja gerade das Problem. Sondern in der Bürgerschaft gibt es diese Menschen und die sorgen dafür, dass wir sozusagen als Bürgerschaft zusammenfinden. Und die gibt es regelmäßig, aber in der Politik kommen sie bislang kaum vor. In gelosten Gremien hingegen sind sie regelmäßig anwesend. Und deswegen ist es so, dass in gelosten Gremien sozusagen sich erstmal der Demos selber findet, selber transformiert, selber sozusagen einen anderen Aggregatszustand annimmt, auch viel vorausschauender und moderater wird. Und an dem können sich dann die Berufspolitiker viel besser orientieren. Deswegen eben schon lange meine Rede dafür, dass wir geloste Gremien verfassungsmäßig einführen und dass wir ihnen reale Macht geben, auch reale Weisungsbefugnis, sodass sich unsere Berufspolitiker eben nicht mehr an uns in der Öffentlichkeit orientieren müssen, wie sie es derzeit müssen, so Meinungsbefragungen, Demos und so. Das sind aber halt immer Formate, man kann das sagen, wilde Politisierung oder wilde Demokratisierung nennen, die völlig ungeregelt ist und vor allem eigentlich nicht demokratisch ist. Wenn das Kriterium für Demokratie ist, alle sind gleichwirksam, eben auch die Leiseren genauso wie die Lauteren und die Moderateren genauso wie die Extremen, dann ist Öffentlichkeit nicht demokratisch. Weil in der Öffentlichkeit ist keine Gleichrangigkeit zwischen den Bürgern gegeben, keine Gleichwirksamkeit. In der Öffentlichkeit sind wir immer hoch ungleichwirksam. Einige von uns halt nur so Lautsprecher wie ich sehr viel mehr und halt die Leute mit den leiseren Tönen, auch die undogmatischeren, sehr viel weniger. Und das ist nicht gut für uns. Öffentlichkeit als Resonanzraum der Politik und auch als Leitraum unserer gewählten Berufspolitiker ist nicht gut für uns, für niemanden. Sondern es ist gut, wenn wir unsere Politiker orientieren an gelosten Gremien. Das heißt auch an uns, aber an uns in einem anderen, ich würde sagen, in einem politischen Zustand. Derzeit orientieren sich, wie gesagt, unsere Politiker an uns im privaten, unvermittelten Zustand. Und wenn wir bereits einander ausgetauscht haben, miteinander, daran können sie sich gut orientieren. Mein Bild dafür ist immer das Gleiche. Das ist so, sieht also unsere Berufspolitiker, die Leute, die wir gewählt haben in Exekutivämter, wirklich als Dienstleister, als politische Dienstleister. Nicht an die, die das Sagen haben, nicht als die, die uns führen gar oder die uns die Leitlinie geben, sondern genau umgekehrt, das müssen wir tun. Aber wir müssen uns erstmal einig werden untereinander. Und das ist so, wie du engagierst zum Beispiel, was weiß ich, einen Maler oder einen Architekten, sagen wir mal eine Großfamilie macht das. Die hat so eine komische Idee, wir als Großfamilie bauen uns ein Haus. Jetzt ist aber diese Großfamilie sehr, sehr heterogen, sehr divers, sehr unterschiedlich. Und wenn jetzt praktisch der Architekt oder der Maler oder irgendwie so kommt und sagt, ja, was wollt ihr denn? Und dann gibt es total unterschiedliche Stimmen. Dann werden sich wahrscheinlich die lautsprecherischeren oder aggressiveren durchsetzen. Und viele andere Perspektiven werden kaum vorkommen. Dann wird er dieses Haus bauen oder diese Wände bemalen oder so. Und dann wird es ganz viel Unzufriedenheit geben, weil ja ganz viele sozusagen mit ihren Wünschen nicht wirklich da durchgedrungen sind. Und es wird auch immer aggressiver werden, die Stimmung. Stattdessen ist es gut sozusagen, wenn der Dienstleister sagt, ja, also der Maler oder der Architekt sagt jetzt zu dieser Großfamilie, liebe Leute, bevor ich auch nur einen Finger rühre, setzt ihr euch gefählst zusammen. Ihr habt einen Prozess. Werdet euch einig und wenn ihr euch dann einig geworden seid, was ihr im Moment wollt, dann können wir nochmal reden und dann werde ich aktiv, dann setze ich euch das um. Exekutive, Umsetzung. Exekutive heißt ausführen, ja, ausführende. Berufspolitiker sind eine reine Ausführende. Also nicht die, die das Sagen haben, sondern die sozusagen eben Dienstleister sind. Die umsetzen, was wir wollen. Und was wir wollen, müssen wir aber untereinander herausfinden. Eben am besten geeignet geloste Prozesse, geloste Versammlungen. Und das bedeutet, wir müssen die reale politische Macht und auch den politischen Willensbildungsprozess gezielt und vorsätzlich in geloste Gremien geben und damit in unser aller Hände legen, aber eben in unser aller Hände gleichermaßen. Und dann ist es gut, wenn unsere Berufspolitiker keine eigene Meinung haben, also wirklich gnadenlose Opportunisten sind, wie einige unserer Politiker schon jetzt so tendieren zu sein, so echte Fähnchen im Wind, das ist dann super. Das ist aber deswegen dann super, weil sie sich eben an unserem aggregierten oder eben wirklich politischen Willen orientieren und nicht wie jetzt an unserem Privatwillen, ja, an unserem nicht aggregierten Willen, an unserem, wo wir uns nicht ausgetauscht haben, uns nicht konfrontiert haben, nicht einander gefunden haben vorher, sondern wild durcheinander reden. Jeder will was anderes. Dem einen ist es bereits zu wenig, dem anderen ist es zu viel. Ja, und also so entsteht halt systematisch Unfriede in der Polis, in der politischen Gemeinschaft. Und das ist einfach schlecht für alle. Das ist schlecht für uns und das ist genauso schlecht für unsere Berufspolitiker. Und das, was ich hier vorschlage, also wirkliche Demokratie, ist halt gut für alle. So sehe ich es. Und die Folge ist, wenn Politiker gnadenlose Opportunisten sind, echte Fähnchen im Wind, ist eine gute Sache. Führung brauchen wir nicht von denen, Rückgrat brauchen wir nicht von denen, Charakter brauchen wir nicht von denen. Wir brauchen einfach nur, dass sie umsetzen, was wir wollen. Aber was wir wollen, müssen wir erst mal rausfinden. Und das können wir nur auf gelosten Gremien auf eine gute Art. Alle anderen Arten sind ungut und vor allem sind sie undemokratisch. Weil, wie gesagt, das Kriterium für Demokratie ist, wir haben gleichen Einfluss auf Politik. Gleiche Wirksamkeit. Und das wird in Öffentlichkeit niemals gegeben sein, egal wie wir es anstellen. Und deswegen brauchen wir geloste Gremien statt Öffentlichkeit als sozusagen unser eigenes Medium der politischen Willensbildung. Parteien sind Unsinn in dieser Hinsicht und Öffentlichkeit ist Unsinn in dieser Hinsicht. Also alles, was wir derzeit machen in Politik, ist wirklich Unsinn. Geloste Gremien sind wirklich, wirklich funktional, wirklich, wirklich cool. Es ist unendlich viel besser als diese Formate, die wir bisher dazu nutzen, also für politische Willensbildung. Und deswegen mein Vorschlag, lasst uns das einfach ausprobieren. Lasst uns das machen mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Und lasst uns vor allem unsere gewählten Berufspolitiker gezielt daran anbinden. Also meine Vorstellung ist, wir haben solche Sitzungen von gelosten Gremien regelmäßig, natürlich immer andere Leute, also mit einem ziemlich häufigen Durchlauf von Menschen, sodass jeder mal drankommt von uns. Dass wir also wirklich gleich viel aktiv sind politisch. Meine Vorstellung ist, das muss so aktiv sein, dass jede und jeder von uns mehrmals im Jahr auf so einem gelosten Gremien ist. Und wahrscheinlich dann am Wochenende oder abends oder wo halt die meisten können am ehesten. Muss man halt so organisieren, dass auch das partizipativ ist. Und wir haben das also sowohl als eben Vorgabe, als auch zur Kontrolle von Politikern. Also beides. Sowohl, dass wir den Politikern sagen, was wir wollen, was wir gemeinsam wollen als Bürgerschaft, als Demos. Und zum anderen auch zur Kontrolle der Amtsführung. Also sozusagen eben auch nachhaltige Kontrolle. Hat denn der gewählte Politiker, was weiß ich, dieser Ministerpräsident oder jene Ministerin oder wer auch immer. Also Menschen in herausragenden, hervorgehobenen, gewählten Exekutive-Hämtern, halt wirklich auch eine Amtsführung gemacht. Die an diesem aggregierten, politischen, demokratischen Gemeinwillen von uns orientiert war. Oder hat sie oder er das eben nicht und einfach ignoriert, was wir wollen. Und dann können wir, können geloste Gremien, diesen Politiker einfach entlassen. Also haben das Entlassungsrecht. Das ist wie ein Aufsichtsrat, aber dieser Aufsichtsrat sind eben wir. Und dann wird dieses Amt neu gewählt. Das ist dann eben nicht so sehr eine Parteienwahl. Das ist dann eine Personenwahl. Also Beispiel, der Wirtschaftsminister, sind wir unzufrieden mit. Kommt ein gelostes Gremium, kommt zusammen. Letztes Vierteljahr, halbes Jahr, Katastrophe. Der Mann wird entlassen oder die Frau. Und dann wählen wir dieses Amt neu. Also wir wählen es alle, aber entlassen tut ein gelostes Gremium. Das ist dann, um gelosten Gremien reale Wirksamkeit, reale Macht zu geben. Das ist so mein Vorschlag. Und der ist sehr stark orientiert an der antiken Demokratie. Die antike Demokratie in Athen hat das nicht genau so gemacht, aber sie hat es im Prinzip so gemacht. Und das ist auch gut für uns. Das ist Demokratie. Und ich kann nur sagen, das funktioniert. Das würde funktionieren. Und das würde wirklich allen, einschließlich der gewählten Politiker, damit unendlich viel besser gehen, als mit dem System, mit dem wir derzeit unterwegs sind. Dafür sitze ich hier mit meinem schlechten Namen. Ceterum Censio, Isonomia am Esse Sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.